Fusor, ey. Ich gönn dir Dina. Danke. Okay. Was sind wir für ein heftiges Team? Ist er auf White stairs? Nein. Guys, wir haben den Fusor im Trophy. Komm upstairs, alle. Wir haben den Fusor, mein Freund. Ich hab wieder den Maga gekillt von eben. Nice. Warte mal, schnell hier. Tankerino. Oh, der Flank des Todes. BAM! Oh mein Gott, er trägelt. Ich habe den Fusor auf mich. Ich habe den Fusor auf mich. Das war's für mich. Ich habe den Fusor auf mich. Pfff! Yo Leute, was geht? Hier ist Dima. Ich versuche jetzt jeden Tag mittags auf Twitch zu streamen. Kommt vorbei, wenn ihr Zeit habt und Bock habt. Und wir sehen uns. Tschau. Danke für 8 Monate, Boy. Er ist zu. Ich habe eine Bombe. Ein Trophy. Er ist hier, Sledge. Wir versuchen ihn zu grenieren. Ein Trophy. Ein Astro. Ein Astro. Ein Trophy. Ein Astro. Was ist der Wigel? Das ist der 1 Million Euro Frogger. Oh, er hat mich. Der könnte das A-M-Eltere. Eine Statue. Ein Astro. Ein Astro. Ein Astro. Astro Door. Vestilz? Vestilz? Vestilz. 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 Du Vollidiot! Man versuchst mich zu knifen. Du könntest versuchen, den vor Plan zu machen. Hier. Ich habe 4 HP. Leute. Ein bisschen angeschön zu dem你就. Monty. Okay, dann nicht. Hier ist aktiv. Sie beschädigen. Wow, let's go. Good job, Alter. Sledge geht immer. Ach nee, Banane. Diese Security, ah, I know. Weg mit dem Abschluss. Nein. Das war mein Kill. Are you scared, Potter? Not today. Jungs, keiner ist onside. Doch, Sand. Nein, das geht glaube ich zum Hedge-Medge. Spledge, Spledge. Sand, wenn einer vorne am Big Window ist, sag mal Bescheid. Da komme ich vorbei, denn ich komme nicht allein. Kommt jetzt Luggage. Was habe ich denn da gehört? Ash, ne? Ja, Ash ist mein Billiard. Ja, Billiard. Der Aqua liegt am Boden. Wow. Das ist ein Ace bei mir. Hä? Hä? Ich hab... Hä? Wir haben beide vollkommen verkackt. Wurde fuck. Wurde vorne von Luggage. Er dachte. Das ist von mir im Billiard. Junge, ich hab sie komplett bei ihm, ne? Aber du hast doch irgendwie nicht nachgeladen, oder? Weitest nicht gemacht. Was war das für ein Gunfight? Einweg ist gedaddelt. Ja, Digga. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ich hab ein anderes Ich nicht gefunden. Wir haben uns hier offen. Da waren drei Leute, alle drei sind down. Alle liegen da down. Nein, alle drei sind down. Das wollte ich sagen. Oh, äh, 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 genau da. Alle drei sind down. Guter Keurer. Mit mir aufm Sonntag. Äh, blind. Push Mario? Ja, ich bin blind. Ja, das ist Ronald. Ich bin blind. Das ist es zu nah. Ja, tot. Ich hab irgendwen. Hab' die einen Nomads? Weiß nicht. Mach rechts deine Rotation. Aaaaaaah. Nein, am Fenster Jus. Die Bar, äh, Ying. Low. Ne, nicht Low. 75. Fuck. Wie kommt die da hin? Das ist, äh, im Gang. Hast du. Hast du. Aaaaah. Oh mein Gott. Kann man nur so'n Jost Habibi sein. Good Job. Danke. Ich hab' keine Ahnung. Der verlangt halt, dass man jede Runde in dem Game gewinnt. Oh ne. Oh mein Gott. Was? Hab' ich gedau'nt? Oh mein Gott. Gott, kap' kommen. Obviously. Mehr als wenn wir's verlieren. Oh shit. Erstmal ein Brett links an der Tür war der. Nice. Oh. Inside the A. Fuck. Fuck. Ja, die werden das eh nicht klatschen, oder? No. Ach du Scheiße. Oh Gott. Die sind schon auf der Mainstace. Was? Wichtiger Frack. Das war zünder der Westen. Ja, er hat wirklich 1 OP. Warum hat der das nicht kaputt geballert? Na, ist glaub' ich schon ins Study drinnen, oder? Ja. War das der ins Study? Ja. Ja. Das sind die zwei Carys. Spiel mal safe. Das ist der letzte dann. Äh. War er. Die wird wahrscheinlich bei dem Spiel gleich kommen. Uhuhuhuhuhu. Ja, die Ash wird euch noch alle ficken von hinten. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Timing? Oh. Loser. Oh mein Gott. Ich wollte die Drohnen. Nein, nein, nein. Wir haben keinen. Ihr habt das. Nice. Was war der denn für ein Herzgear? Was war der Thatcher, der neue? Lol. Digga, die Ash hat so veraimt. Kann einer Garage gucken? Aroni ist hier nirgends, ja? Ich watch' das Stockrunner. Der Bandits. Ja, schön. Aroni ist hier hinterm Bett. Ey, Jungs, Garage ist ne Jäger. Aber er guckt grad nicht. Soll ich versuchen? Wo? Auf Catwalk? Es hier und Ping. Er guckt grad oben auf den Breach. Ich versuche mal rein zu gehen. Die Wallbank nicht einfach. Ah, ich hab ihn. Jäger's dead. Sehr schön, ok. Äh, Mainstairs, Mainstairs. Ich geh Catwalk mit. Lucys Mainstairs. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Habe ich. Top Redstairs. Einer war Top Mainstairs. Ich smoke und wir gehen rein. Wow. Flinte. 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 Lass in Rotation, Kali. Plinte. Flinte. Ehh, Bandit kommt Gareth Stears Einer ist Red Stears Achso das, ahhh, das ist Bandit auf Yellow King Rennt raus Ah Bandit kommt pro Catrock Jäger onside No, was macht der? Scheiße Vollarm Ah fuck Oh Puck Oh mein Gott Good Job man No way What the fuck Das war anders knapp Boah Mach mal Hatches einer Neun, Drei, Acht Was? Der Wallbank wieder? Es hat schon wieder geklappt man Einfach so Ist doch geil Die denken ich hab Schmunkkissen Hör vorn, hör vorn mit der Bun Okay Ja Ich hab einen gewollbanked Junge, was macht ihr mit denen? Ja, ich werde Achso, die allein Ich hab keinen Aim, komm Ich will nur sehen spielen Oh gewollbanked Junge, was labert ihr? Als habt ihr einen gewollbanked Nein, ich hab wirklich gewollbanked Oha Das ist die Wallbankcrew Ich muss auch jetzt einen wallbanken Gangbankcrew, was? Einer ist äh Bubedebabede Wow What the fuck Fast hat mich einer gewollbanked Junge Es ist Eger der Gang Wallbanks Wallbanks Er ist links Links ronnen, links Du Idiot Wallbanks Wallbang ihn Wallbang ihn Junge, wenn du den nicht hast, dann zeig ich dich an Oh 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 kritische dass ich ihn noch treffe Ich stell dir vor alle deine mates speeden einfach rein und dann musst du klatschen Oh mein Gott Bis zum nächsten Mal.